Oh, und Epic, Moment mal. Ich habe richtig dolle Schmerzen. Oh, ich auch. Der Kampf war viel zu stark für uns. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Oh Gott, ich auch. Moment mal. Mir geht es ein bisschen besser, Epic. Mir auch. Was war das denn? Was war das für ein Kampf? Moment mal. Also verletzt waren wir alle Male. Ich kämpfe nie wieder gegen diese Wölfe oder sowas. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die haben uns angegriffen. Ich wurde gebissen. Und Epic, wie gesagt, ich glaube, wir sind sowas von in Ohnmacht gefallen. Wir sollten schauen, dass wir dieses Schloss hier so schnell, wie es geht, verlassen. Ich meine, vielleicht gibt es noch irgendwas Hilfreiches. Guck mal, nimm auf jeden Fall Essen mit. Und vielleicht machen wir uns mal ein Crafting Table. Und dann bekomme ich auch ein bisschen Brot, weil ich habe echt Hunger. Okay, ich esse erst mal ganz kurz was. Vor allen Dingen, ich glaube, es wird sogar langsam dunkel. Und das wird richtig problematisch, weil dann sehen wir die Wölfe gar nicht. Okay, wir fangen einfach mal an und schleichen uns runter, Epic. Ich hoffe, dass wir es rechtzeitig rausschaffen, weil ich weiß nicht ganz, was sonst passiert. Okay, du bist auf jeden Fall hinter mir, ne? Ja, ich bin hinter mir. Wie ist Epic, dann rennen, ne? Wie gesagt, wir haben auch keine Rüstung. Ja, Schwert habe ich auch. Okay, hier sind auf jeden Fall ganz viele Häuser. Aber ich weiß noch nicht ganz, wo wir lang müssen, wenn ich ehrlich bin. Hier sind noch Kisten. Oh, tatsächlich. Ich habe da... Oh, oh, oh. Okay, rennen, Epic, rennen, 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 rennen. Der hat uns schon einmal erwischt. Der wird uns noch mal erwischen. Oh, oh, oh. Was ist jetzt passiert? Was ist denn da los? Du bist ein Wolf. Oh, ich bin einfach ein Werwolf. Epic, ich habe mich... Warte, es wird dunkel. Oh, oh. Was? Wieso sind wir Wölfe? Was ist denn da los? Denkst du, weil die uns gebissen haben? Ich glaube schon. Wir verwandeln uns nachts einfach zu Werwölfen. Wie? Was ist das? Ich wollte... Oh, ich gehe einfach jaulen. Okay, Epic, das ist nicht cool. Ich will kein Wolf sein. Ich will Mensch sein. Moment mal. Ich will auch kein Werwolf sein. Vielleicht, wenn wir die Wölfe... Vielleicht, wenn wir die Wölfe irgendwie wegschnetzen wieder. Vielleicht sind die jetzt auch lieb zu uns. Denkst du, die sind lieb? Das könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Schau mal, das sind die Wölfe. Hey. Okay. Ich bin mir unsicher. Schätzt du den weg? Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich sehe rot. Wie du siehst. Ich sehe auch rot. Ich habe 20%. Ich habe eine Werwolf-Rage. Warte mal. Wenn wir 100% bekommen, dann sind wir bestimmt genauso böse. Schau mal, wie ich springen kann. Oh. Was machst du denn da? Wie macht man das denn? Äh, doppelspringen. LOL. Der Boden ist rot. Das sieht aus. Wie, der Boden ist rot. Der Boden ist rot. Oh. Wir können die alle wegschützen. Schau mal. Wo ist denn der Mond? Ich sehe hier keinen Mond. Aber okay. Ähm. Stimmt. Der ist ja wirklich rot. Okay, warte mal. Was ist diese... Werden wir vielleicht die 100% bekommen von der Werwolf-Rage? Vielleicht... Vielleicht wären wir dann wieder zu uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, warte mal. Ich bin mit 30% gerade. Ähm. Hier sind auf jeden Fall super viele Mobs. Ich gehe die mal wegschnetzeln. Ja, ja, ja. Ich habe 30%. 55%. Ich bin bei 70. Oh. Ich habe auch 70. Teilen wir uns das? Ich weiß es nicht ganz. Äh, ich glaube nicht. Ich gehe hier unschuldige Villager wegschnetzeln. Ich habe auch 90. Und da vorne und... Boah, hier ist alles rot. Ich habe 100. Ich habe auch 100. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt besonders böse? Kann es jetzt mal hell werden? Ich meine, Werwürfe verwandeln sich doch immer nur in der Nacht, oder? Moment mal. Ich kann mich heilen, wenn ich jaule? Warte, wirklich? Ah, nee. Die Rage geht auch wieder runter. Ah, nee. Bei mir nicht. Bei mir ist sie konstant auf 90. Jetzt ist sie auf 80 wieder bei mir runter. Ja, bei mir wird sie auch immer weiter runter. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nur, äh, dass ich Damage bekomme. Lol, ich habe hier sogar Krallen. Oh, was ist da los? Wenn ich einfach nur so... Oh, das ist ja lustig. Okay, an sich ist es aber gar nicht lustig. Epic, wir warten einfach ab, bis es wieder Tag ist. Vielleicht verwandeln wir uns dann wirklich wieder zurück. Ja. Okay, also ich habe mich also auf jeden Fall mal dazu entschieden, niemanden mehr wegzuschnetzeln. Du bist da oben. Der Mond ist immer noch mitten hier oben. Der ist rutsch. Was ist das denn? Hey, Moment mal. Ich habe einen Hairdresser, also einen Fur-Dresser, demnach einen Fellhaar-Stylist gefunden. Was ist das denn? Kann ich mich damit irgendwie umfärben? Aha, Moment mal. Ich kann zum Beispiel mir weißes Fell machen. Lol, ich habe jetzt weißes Fell. Wie cool ist das denn? Okay, ich würde jetzt gerne mal braunes Fell haben. Da sehe ich aus wie immer. Und ich kann sogar schwarzes Fell mir machen lassen. Okay, ich mache mal weiß. Keine Ahnung. Ist irgendwie ganz nett. Okay, der ist auf jeden Fall liebt zu uns. Den schnetze ich jetzt mal nicht weg. Und meine Werewolf-Rage ist jetzt komplett low. Ich bin bei 10% Epic. Ich hoffe einfach, dass es bald wieder Tag wird. Oh, du bist ja auch weiß. Kommt mal, ich bin auch ungefähr. Cool. Okay, lasst uns einfach mal umgucken, wenn die Sonne wieder aufgeht. Ja. Und Leute, es geht auf jeden Fall hinter mir die Sonne auf. Was bedeutet, im besten Fall verwandle ich mich gleich wieder zurück? Hier passiert gar nichts. Warum passiert hier nichts? Epic, wo bist du eigentlich? Ich bin gerade vom Eingang. Komm mal zu mir, ich würde dich gerne mal im Auge behalten. Ah, jetzt sehe ich dich. Wo bist du? Ah, da bist du. Hallo. Wenn wir uns nicht zurück verwandeln, haben wir ein ganz großes Problem. Das stimmt. Ich will nicht für immer ein Werwolf bleiben. Ich will auch nicht für immer ein Werwolf bleiben. Hallo, Sonne. Ich dachte... Oh, wir haben uns zurückverwandelt. Da bist du. Oh. Und ich bin wieder ich. Was ist denn da los? Denkst du, wir werden jetzt jede Nacht ein Werwolf? Ich glaube tatsächlich schon, dass wir jede Nacht einfach ein Werwolf werden. Oh nein, Epic. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Okay, wir gucken diese Nacht wieder, ja? Ja. Wir warten nochmal hier, weil hier sind ja auch diese ganzen anderen Wölfe, die uns ja verwandelt haben letztendlich. Vielleicht bekommen wir es ja hin. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht bleiben wir einfach wir. Das wäre am besten. Und jetzt am Tag würde ich sagen, wir gucken auf jeden Fall nochmal, dass wir hier diese anderen Werwolf finden. Eventuell bekommen wir von denen mehr Informationen. Vielleicht kann ich die mit so ein bisschen Fleisch anlocken oder vielleicht mit einem Knochen oder sowas. Das wäre super. Ich weiß nicht so ganz. Jetzt sehe ich hier gerade gar keinen und hier sind ja... Ah, Hilfe! Kannst du die irgendwie vielleicht zähmen oder sowas? Ich weiß nicht, ich habe noch eine halbe Herzen. Hey, oh nein, der will mich einfach nur... Nein, einfach rennen. Ich habe ein halbes Herz. Okay, guck mal, die... Die können jetzt glaube ich nur als Werwolf zählen? Das kann sein. Ich habe so Hunger. Oh nein, ich muss irgendwas essen. Ich esse... Gotcha! Epic. Ähm, ich habe mich in einen Werwolf verwandelt am Tag. Geht das überhaupt? Hey, lass mich in Ruhe! Warte mal, kann ich die so zähmen? Nein, die sind immer böse auf mich, Epic. Die wollen mich. Ich habe die ange... Oh, ich habe deine Sachen aufgesammelt. Ich glaube, dass wir rohes Fleisch essen, verwandeln wir uns. Stimmt, du hast so recht, Leute. Ich bin auch ein Werwolf. Hallo. Ich jaule mal. Leute, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe Schmerzen. Zwei Herzen habe ich nur noch. Ach. Ich helfe dir. Hilfe! Ich kann gar kein Wegschmerzen. Ich habe ein Herz. Ich esse... Oh! Ich habe ein halbes Herz. Ich däsche mich einfach weg. Tschüss! Und da ist ein Riesen-Werwolf. Epic, da ist ein fetter, fetter Werwolf. Da ist ein Riesen-Werwolf. Der will mich. Der will mich. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin komplett draußen. Ich regeneriere nicht. Da unten bist du. Was ist denn das für ein Grizzly? Oh! Hilfe! Oh, der ist ein Riesling. Ist das ein Boss? Können wir jetzt nicht hier... Aua! Ich bin wieder am Tag. Ich bin wieder... Ich bin wieder ich. Du musst essen. Wo ist der Kuss? Oh, stimmt. Ich kann... Oh doch, ich kann essen. Tatsächlich. Okay. Jetzt schnetze die einfach weg. Ich habe wieder... Ich habe Web of Rage. Umso mehr Rage wir haben, umso stärker werden wir auch. Stimmt, du hast recht. Okay, dann sollte ich vielleicht den einen oder anderen doch wegschnitzen. Können wir sie auch zähmen? 60%? Nee. Also zähmen können wir die gar nicht. Aber die hier können wir zähmen, theoretisch. Moment mal. So. Der wird jetzt... Da vorne ist noch welche. Jetzt habe ich keinen mehr. Oh nein. Einen normalen Wolfie würde ich gerne auch haben. Das ist ja auch süß. Das stimmt. Oh, die wollen wir mich auch ergreifen. Was soll das denn jetzt hier? Pass ja auf. Aber wir verwandeln uns eh gleich wieder zurück. Also alles gut. Und Epic ist so langsam wieder dunkel. Ich sehe dich da hinten. Welche wegschnitzen. Ich habe auf jeden Fall mir jetzt einen normalen Wolf mal nur geholt. Und hier ist ein Kätzchen. Oh süß. Aber das kann ich leider nicht zähmen. Bist du immer noch ein Wolf? Hier ist auch eine Katze. Also ich weiß wirklich nicht. Mit den anderen Wölfen können wir auf jeden Fall nicht reden. Ich habe die jetzt... Ich weiß jetzt gar nicht, wenn es jetzt Nacht ist, ob die auch böse auf uns sind. Fragezeichen. Da bin ich mir unsicher. Aber ich kann mich auch schon mal in einen verwandeln, theoretisch. Obwohl, wo ist denn jetzt eigentlich hier... Ja, es ist jetzt auf jeden Fall gleich so ein Untergang. Gleich ist es auf jeden Fall soweit. Und es ist soweit. Ich habe mich gerade verwandelt. Okay, also mein Wolf ist auf jeden Fall noch lieb. Okay, und das mit der Range, das müssen wir uns auf jeden Fall noch mal näher anschauen. Ich denke, ich werde jetzt mal hier aus dem Königreich weggehen. Mal gucken. Kann ich hier die... Oh, ich will die nicht weggeschnetzeln, die Arme. Ich habe einen Enderman! Okay, der wird auf jeden Fall weggeschnetzelt. Und ich habe hier auf jeden Fall auch Spinnen und andere Zombies. Okay, ich muss auf jeden Fall gucken. Ich habe wieder meine Werwolf-Rage. Okay, mal gucken. Was macht hier aber mein Wolfsgeheul? Das ist noch eine Frage. Ich glaube, dadurch liegst du nebenher zurück. Ah, das kann sein. Ja, okay, ich habe 60%. Ich gehe mal komplett raus. Ja. Ich glaube, also wenn ich den wegsche... Oh, da sind zwei davon. Soll ich zu dir kommen? Ja, ich bin draußen. Ich komme zu dir, ja. Mein Wolf hat ihn weggeschnetzelt. Ah! Ich habe auf jeden Fall 100%. Okay, der wird auf jeden Fall weggeschnetzelt. Da oben ist doch einer, oder? Ich habe auf jeden Fall 100%ige Rage. Aber ich habe... Oh, da sind noch mehr. Die machen so viel damage. Die sollen mich alle in Ruhe lassen. Gott, da werden wir schon stärker. Nein. Und der wird hier weggeschnetzelt. Der wird hier auch weggeschnetzelt. Und Epic, ich bin größer geworden. Du bist größer geworden. Mit wie vielen Level hast du? Ich habe jetzt 15. Oh, wie cool. Ich denke, wir können uns sogar in den ganz Großen verwandeln, wenn wir ganz viele wegschnetzeln. Tatsächlich. Ich habe jetzt wieder Health Boost bekommen, auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, oh, alle Erfahrungen müssen aufgesammelt werden. Wir können wirklich... Denkst du, wir starten aber dann immer von Null jeder Nacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir bleiben bei dieser Größe. Das kann gut sein. Okay. Sind wir natürlich auch stärker? Ähm, ich... Ja, ich habe eine Reihe Herzen mehr. Ja, stimmt. Oh, tatsächlich. Das ist ja nice. Ja, okay. Dann werden jetzt auf jeden Fall alles aufgesammelt. Es könnte sein, dass wir bei 30 auf jeden Fall vielleicht größer werden. Das kann gut sein. Und Epic, Moment mal. Es sind so viele Nächte vergangen. Ich habe mich auf 50 Level hoch hier bekommen. Aber ich denke, wir sind schon die stärksten Werbeüffe hier. Und ich habe meine eigene kleine Armee. Denn Leute, passt mal auf. Wenn ich jetzt heule, dann stehen alle auf und folgen mir. Los, Leute. Ja, und was auch noch krass ist, was wir gemerkt haben, dass wir auf jeden Fall durch Stashen auch Sachen kaputt machen können. Wie zum Beispiel hier, äh, so, ne, sowas hier. Das ist auch super, super lustig. Und schau mal, alle sind hier sofort weggeschnetzelt. Also, Epic, ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nachts auf jeden Fall zu Wehrwürfen werden. Weil ich denke, das wird nicht so schnell verschwinden, die Fähigkeit. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.